Wie Influencer ist eine Survival-Show, in der 77 Influencer aus Südkorea gegeneinander antreten. Hallo. Hier sind echt phänomenale Leute dabei. So viele bekannte Leute hier. Krasser Cast. 27 Millionen. Was, wenn er gewinnt? TikTokerin, oder? Ach, vielleicht verdient das Geld. So was regt mich auf. Ich gewinne definitiv. Für die Aufmerksamkeit. Ist ja gruselig. Ist das brutal. Wie viel Geld? Mehr als viele von euch. Angeber. In einer Welt, in der Aufmerksamkeit und Einfluss Wert und Macht widerspiegeln. Willkommen zum sozialen Überlebensspiel The Influencer.